Lektion 7. Installation von PhoneGap. Natürlich fehlt nun noch zu guter Letzt die Kerninstallation, PhoneGap. Wir haben bereits am Anfang gelernt, dass PhoneGap kein Framework ist, was ich einfach herunterladen und benutzen kann. PhoneGap wird als Modul angeboten. Und dieses Modul wird ausgeführt von der Engine Node.js. Um dieses nun sozusagen ausführen zu können, benötige ich somit erst Node.js. Dieses erhalte ich auf der Seite Node.js.org. Den Link finden Sie natürlich auch wieder in der Beschreibung. Sobald Sie auf dieser Seite sind, klicken Sie im Bereich der Mitte auf den Punkt Install. Nun wird Node.js heruntergeladen. Dies kann einen Augenblick dauern. Sobald Node.js heruntergeladen ist, können Sie dies natürlich in Ihrem Download-Ordner wiederfinden. und das Paket einmal auf Ihren Schreibtisch ziehen. Mit einem Doppelklick lässt sich Node.js nun installieren. Das sieht wie folgt aus. Sie klicken sich hier eigentlich nur durch, können die Sprache auf Englisch belassen und klicken auf Fortfahren, akzeptieren dieses und sehen nochmal, dass dies 42 MB Speicherplatz benötigt. Dies bestätigen Sie mit Installieren und bestätigen das nun nochmals mit Ihrem Benutzer. Node.js wird installiert. Dies bestätigen wir wiederum mit Schließen und wir haben Node.js als Engine bereits fertig installiert. Nun geht es darum, dass wir PhoneGap noch installieren, das Modul. Ich befinde mich wieder auf der offiziellen PhoneGap-Seite, phonegap.com slash install. Den Link finden Sie natürlich auch in der Beschreibung. Nun geht es darum, PhoneGap zu installieren. Dies ist eigentlich auch recht einfach. Dafür benötigen wir aber unser Terminal. Das Terminal rufen wir auf, indem wir in dem Finder unter Programme nach dem Terminal schauen. Dies finden wir in dem Ordner Dienstprogramme und dann als schwarzen Kasten namens Terminal. Dies können wir auch gerne einmal in unsere Leiste ziehen, um einen schnelleren Zugriff zu ermöglichen, da wir dies in den nächsten Entwicklungen noch öfters brauchen. Mit einem Klick starte ich das Terminal einmal. Daraufhin folgt nun dieses Fenster. Um nun PhoneGap zu installieren, geben wir folgenden Befehl ein, den wir auf der Seite von PhoneGap finden. Das wäre dieser. Diesen kopieren wir und geben ihn im Terminal ein. Nun bestätigen wir dies mit unserem Passwort. Wichtig ist dabei, dass wir Admin-User sind, also sprich volle Zugriffe auf unserem Rechner haben. Und wir warten einen Augenblick. Sobald dies fertig und abgeschlossen ist, können wir wieder sehen, dass unser Cursor hier unten wieder erscheint. Und wir können einmal probieren, ob PhoneGap erfolgreich installiert worden ist. Dies machen wir, indem wir einfach PhoneGap im Terminal eingeben und dies mit Enter bestätigen. Sollte PhoneGap erfolgreich installiert worden sein, dann können Sie sehen, dass hier eine Leiste an verschiedenen Befehlen und Funktionen erschienen sind. Wenn dies bei Ihnen nicht erscheint und es ein Fehler kommt, dann wissen Sie, dass Sie noch etwas falsch gemacht haben. In diesem Fall können Sie gerne in dem Bereich der Diskussion mir die Frage stellen oder Sie schauen zuvor noch einmal nach, ob der Benutzer wirklich Administrationsrechte hat.